Was geht ab meine Freunde, ich bin's wieder, euer Xerox und heute sind wir mal in Roblox Studio drin. Man sieht schon, ich bin hier irgendwas wieder am bauen. Ich bin schon wieder der crazy Typ, der irgendwas baut. Ja, das hier wird aber kein Skyscraper, Tycoon oder sonstiges. Es wird ein Tycoon, es wird aber alles mit Anton seinem Tycoon Kit gebaut. Und zwar ist er momentan selbst dabei, ja auch so sein Tycoon Kit selbst zu scripten und alles rum und dran. Und das werden wir dann hiermit verbinden auch. Und um was geht es hier? Viele kennen doch bestimmt von euch den Millionary Tycoon oder, kann man das sagen, Millionary Tycoon? Und da dachte ich mir mal wieder, ich habe damals einen Unicorn Tycoon gesehen und dachte mir, ey, den kriege ich besser hin, den baue ich besser. Der auch ein bisschen mehr so mit Unicorn zu tun hat. Und was ist daraus geworden? Es wurde ein Erfolg in Anführungszeichen. Und genau das glaube ich hier teilweise auch wieder. Aber ob es jetzt so ist, weiß ich nicht. Und der wird auch nicht Millionary Tycoon heißen. Der wird irgendwie anders heißen, aber das weiß ich noch nicht. Und zwar habe ich hier ein bisschen der Rang gebaut gehabt. Und falls ihr hiervon, das muss ich auch nochmal angesprochen haben, ich habe ja diese Serie gemacht, wir bauen einen Tycoon. Diesen Tycoon habe ich erstmal nach hinten geschoben. Weil der doch ein bisschen komplexer ist und ein bisschen schwieriger zu bauen ist, als das, was ich hier eigentlich gerade mache. Das hier ist ein bisschen einfacher. Ein bisschen. Zumal ich muss sagen, ich baue ja alles in Roblox. Also momentan das hier alles besteht zu 90, 95% aus Roblox. Und 5% sind in Blender gebaut. Aber das zeige ich euch jetzt ganz genau. Und zwar beim Millionary Tycoon gibt es auch solche Dropper. Ein bisschen anders aufgebaut. Da dachte ich mir so, die können ja so ein bisschen future mäßig aufgebaut sein. Der Rauch ist auch wieder selber gemacht von mir. So wie die Dropper natürlich auch. Es gibt natürlich auch sowas wie Robux, Upgrader und sowas. Die Teile werden aber halt, wie sagt man, wenn man reberfen kann, werden die natürlich auch wieder kaufbar sein. Das ist ganz klar. Dann gibt es hier noch so eine Kugel. Das ist ein Partikelermitter. Das bedeutet, man läuft gegen und man hat so ein Partikel bei sich oder an sich. Dann haben wir hier natürlich das Cache Collection Teil. Das ist für die Waffen oder für andere Sachen zum Geben. Es sieht natürlich noch sehr leer aus hier. Wird noch gemacht. Also das ist jetzt momentan erstmal nur für den Grundaufbau. Dann haben wir hier diesen Bereich. Ich drücke mal eben ganz was nach draußen. Ja, hier haben wir hier, damit ich da oben nicht... Na, so. Damit ich natürlich nichts ausgewählt habe. Dann haben wir hier noch einen Giver. Dann haben wir hier noch Dropper. Die sind natürlich auch wieder selber gebaut. Aber meine Lieblings-Area kommt jetzt hier drüber. Da pflege ich aber hier in diesem Bereich hoch. Und das ist dieser hier. Da brauche ich momentan so gesagt Tische, wo halt verschiedene Warengüter gezählt werden von den Leuten. Und was wir halt auch noch probieren, ist diese Dummies. Das wird dann mal Anton machen. Dass diese Dummies eure Friendlist ist. Das bedeutet, jeder der bei euch auf der Friendlist ist, kann zu einer gewissen Chance hier dann sitzen. Einfach da sitzen. Ja. Und wer sich fragt, warum hängt hier hinten so ein langes Metallteil drin? Och Gott, ich kann nicht mehr reden. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das Teil wird eingezogen und wird dann hier gestanzt und hier kommt das Geld raus. Beispielsweise. Es soll nur ein Beispiel sein. Es hat keine Funktion oder sowas. Aber es sollte so einen Aspekt haben. Da hinten ist die Metallplatte. Es wird reingezogen. Und hier kommt das Geld. Und der ist das Geld dann hier so gesagt am Stapeln und am Zähnen und verpackt es dann in Säcke. Dann haben wir hier vorne den Cash Collector. Das bedeutet hier dieser, der das Geld printet, die Scheine. Und man sieht das hier auch schon, dass hier so gesagt Papier drin ist anstatt einer Metallplatte. Also kommen hier unten dann die Scheine raus. Und der stapelt die natürlich auch schön hier. Jetzt hat man das eben schon hinten aus dem Augenwinkel wahrscheinlich gesehen, dass hier ein Diamanttisch steht. Der Diamanttisch steht ja natürlich auch mal wieder für Robux. Wahrscheinlich, ne? Man muss ja von irgendwas leben. Man muss ja auch was erstellen. Und hier ist schon viel Arbeit reingeflossen. In diesem Tisch. In diesem Tisch, man glaubt es kaum, aber da sind schon ungefähr zwei Stunden, glaube ich, reingeflossen. So, weil man muss auf die kleinen Details achten. Die Diamanten, dann dieses Teil hier, was ich im Blender gebaut habe. Das hier ist das Einzige, was ich im Blender gebaut habe. Dann die Krone. Die Krone ist aber aus der Toolbox, muss ich auch noch dazu sagen. Jeder kennt, glaub ich, diese Dominos. Ne, nicht Dominos. Domino-Krone. Also da sind normalerweise Dominosteine drauf als Textur. Entfernt und einfach in Gold gemacht, weil das hat hier perfekt reingepasst irgendwie. Also das einzige bis dato aus der Toolbox genutzte Objekt. Das hier. Die ganzen Edelsteine sind selber gemacht. So wie die Kasse, der Tisch, der Stuhl. Ja, okay, der Stuhl, der ist ja auch nicht schwer. Das ist ja einfach nur Copy-Paste. So wie der Tisch auch. Aber so die kleinen Details, wie die Partikel und so weiter und so fort, die davon abgehen, haben halt schon ein bisschen Zeit gefressen. Und dann kommen wir hier oben noch. Das ist für die besonderen Leute. Und zwar der Survival-Typ. Ihr habt den 29.10.2021 überlebt. Das heißt, wo die ganzen Roblox-Server offline waren. Und ja, das war es mit diesem kleinen Video. Die Leute, die bekommen natürlich alle diesen Typen hier in das Haus gestellt. Einfach so als kleines Easter Egg. Die Server waren offline. Ja, man hat es überlebt und man bekommt diese Figur. Viele werden es wahrscheinlich, vor allem in der Zukunft, nicht wissen, was ist damit gemeint. Aber dann wieder die älteren Spieler, die heutzutage alle Roblox spielen, die wissen ganz genau Bescheid, was gemeint ist. So, das war es mit diesem kleinen Video. Wird es ihr Bock habt, dass ich hierzu ein paar Videos mache, weil an dem Tycoon arbeite ich sehr viel und sehr gerne. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.